jo was geht meine lieben pokes zum poket bros ja leute was geht ich bin mega happy pc läuft wieder und ja by the way wir spielen heute gegen prisma vorletzter spieltag für mich jetzt ich habe noch eins gegen jeremy und ja ich würde sagen ich laber nicht mehr viel rum wir springen jetzt einfach sofort in den kampf so leute wir haben ihn gefunden und ja hier ist das team schon mal aus wie immer zettel und stift dabei kampf beginnen ich bin mal gespannt was er dabei hat aber ich denke mal calio wird er nicht dabei haben calio hat er nicht dabei zappt das hatte dabei das ist nicht gut zappt das voegro volkanian elf und hat er dabei nido queen und latios das war irgendwie ob wir es wir fangen an mit ja ich würde sagen wir fangen mit keifel einfach an und ja drücken das was uns gefallen sollte er kann auch mit fuego leaden kann er natürlich machen aber 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 es sich so wäre fluffy ist okay ähm ist das gut ähm er könnte so äh was kann er machen kann er kann kann er mir was machen er kann tricken er kann tricken er kann tricken ähm ich drücke einfach steinkante okay 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 wir treffen das ist defensiv das ding okay ähm wir tanken auf jeden fall noch ein wir tanken auf jeden fall noch ein ähm ähm gehen jetzt aber erstmal raus das ist defensiv gigasauger okay okay naja ist nicht okay naja ist nicht okay wir haben jetzt ein angechipptes äh so was kann er hier jetzt machen wir können auf jeden fall nightflam drücken moonblast wird nicht so viel damage machen hoffe ich zumindest spirit spirit ja der lead ist natürlich jetzt richtig für nackten ne moonblast wird uns nicht killen normalerweise also ne killt uns nicht und er überlebt okay war ein crit das war ein crit ähm ja wir drücken schattenstoß so damit ist das ding besiegt ähm ja crit ist natürlich jetzt war ja natürlich jetzt nicht so nice nimmt man aber gerne so el gato ist fuego bedroher ähm was macht denn ein incinera gegen mich ein incinera macht wenig gegen mich wir sind auf minus eins ähm ähm äh schippen mal an es wird sehr wenig schaden machen anschippen ist gut abschlag sollte uns killen ja was hat der für ein item hat er die die lefties sagt er okay ähm ich würde sagen dann äh würde ich ähm ja ein stami und äh let's go wir drücken wir drücken meteor strahl er wechselt raus in maybe vulcanion ein zappdos 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 wir treffen wir treffen das ist gut sollte killen das killt so das killt so ähm ähm latios falls er ein scarf ist kann nur ein draco mich killen falls er ein scarf ist wir sind schneller wir sind schneller oh das ist defensiv draco äh kommen wir auf die roll an tanken wir nicht ah damn das ist ein defensives 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 habe ich schon gesagt ja ich weiß ein defensives äh er ist auf minus oder choice so aber wir können hier auf jeden fall auf zauberschein gehen ja er geht raus in vulcanion maybe terror ne in äh das ist defensiv das ist definitiv defensiv wir gehen auf kehrtwende und gehen in ähm das ist speziell defensiv ja das ist speziell defensiv ja das ist speziell defensiv ja das ist speziell defensiv äh ja dann würde ich sagen gehen wir auf jeden fall in erstmal in promotion schlammwoge boah boah ach ach ich weiß nicht ob wir das überleben oh come on ey tanken wir nicht ah damn okay ähm ja way up ach come on ey come on come on so wir können auf jeden fall auf erdbeben gehen ja auf erdbeben was wird der reinschmeißen elgato gehen auf minus eins so und wir sind auf jeden fall schneller das heißt wir sollten ihn jetzt gleich killen ähm ähm quake auch kass so ähm so ähm ähm so so was macht denn ein ein vul canyon ähm der wird mich auf jeden fall killen wir sind schneller er wird mich auf jeden fall killen ja komm ich muss ich muss jetzt versuchen ich muss schwer tanzen schauen ob ich es überleben kann Dampfschwall ah natürlich trifft er sollte mich killen killt mich nicht das ist gut das ist sehr gut so ah ich weiß ja das reicht nicht nein trifft er oh oh mein 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 er trifft nicht oh mein oh mein oh und er kriegt den er kriegt den crit ja aber der hat jetzt tatsächlich nicht gemattert der miss hat schon er gemattert oh mein holy moly oh mein oh mein oh mein gott terror Ähm, Akrobatik sollte er auf jeden Fall killen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, holy shit. Bin jetzt auf minus eins. Drain Punch sollte er auf jeden Fall killen. Holy shit. Holy shit. Ja, ähm, wir haben gewonnen, dank eines Misses. Ich weiß, ich glaub, wir hätten das nicht gewonnen. Holy shit. Also, boah, mir tut das gerade richtig leid. Mir tut das gerade richtig leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, auf jeden Fall. GG. GG auf jeden Fall. Boah. Ihr merkt gerade, ich komme selber nicht drauf klar, ne? Alter. Uiuiui. Oh. Ja, ähm. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Prisma. Boah. Puh. Äh. Ja. Auf jeden Fall gut gekämpft. Ich glaub, wenn du getroffen hättest, Prisma, dann... Puh. Ich glaub, dann hättest du auf jeden Fall gewonnen. Ähm. Ähm. Ja. Ah. Oh man. Leute. Mit Glück gewonnen. Und, äh. Ich sag nur. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.